Pssst, die anderen schlafen noch alle. Während die Jungs sich noch einmal umdrehen und ein Röntgen schlummern, hab ich meine erste Runde auf der Trainingsrolle schon absolviert. Es ist schon wahnsinnig viel zu tun. Den Haushalt schmeißen, mit Wäsche waschen, Staubsaugen, kochen, die Arbeit und dazu das ganze Training. Für Pausen bleibt mir eigentlich keine Zeit. Im Tagesverlauf sieht es so aus, dass ich sehr, sehr früh aufstehe, 4.30 Uhr, 4.50 Uhr circa, und auf meine Rolle gehe im Wohnzimmer und da die ersten 1,5-2 Stunden auf der Rolle verbringe, meine Mittagspause verbringe ich mit Training, entweder noch mal eine Runde auf der Rolle oder ich gehe laufen. Und am Abend, wenn der Kleine im Bett ist, gibt es die dritte Runde, damit ich möglichst viel Zeit im Sattel verbringe und es irgendwie mit meinem doch stressigen Alltag in Einklang bringen kann. Motivieren muss ich mich dazu eigentlich gar nicht. Das ist so in meinem Alltag drin, seit Jahren, dass ich viel trainiere und ich werde immer wieder gefragt, woher nimmst du die Motivation, aber das ist für mich einfach wie morgens aufstehen und einen Kaffee trinken. Ja, natürlich gibt es hier im Westerwald bei uns nicht so schöne Berge wie im Ötztal. Und damit ich doch irgendwie auf meine Höhenmeter komme, gibt es auch ganz oft Trainingsfahrten, die zu einem etwas längeren Berg führen und den fahre ich runter und wieder rauf und wieder runter und wieder rauf, bis ich möglichst viele Höhenmeter gesammelt habe. Neben meinen Trainingseinheiten fahre ich auch einfach gerne mit dem Fahrrad zur Arbeit. Das hat viele Vorteile. Zum einen spare ich den Sprit und zum anderen habe ich eine Trainingseinheit von circa einer Stunde für meine circa 30 Kilometer zur Arbeit direkt am Morgen integriert. Es macht einfach Spaß, schon energiegeladen auf der Arbeit anzukommen und ich habe einfach einen wunderbaren Start in den Tag. Wie fällst du ihn denn? So, Essen ist fertig. Familie bedeutet mir alles. Lachen, Freude, Zeit zusammen, alles. Den Ötztaler bin ich bisher noch nie gefahren. Was mich da erwartet, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ich habe ganz viele Vorstellungen von dem, was es sein kann. Aber ich glaube, es wird mich an Grenzen bringen, die ich bisher noch nicht kannte. Ich persönlich bin, glaube ich, eher der Kämpfertyp. Das liegt mir in der Natur, sodass ich mir immer wieder neue, noch größere Herausforderungen suche, wo viele mich fragen, warum machst du das eigentlich, warum tust du dir das eigentlich an? Weil ich persönlich diesen Kampf mit mir gerne mag und mir einfach gerne beweise, dass ich Grenzen überschreiten kann und dass ich viel, viel mehr kann, als man sich eigentlich zutraut.